Ich habe mich heute verspielt und dann immer wieder versucht anzusetzen und immer am falschen Ton eingesetzt. Hallo Edwin Rosen. Hallo Diffus. Sag mal, was ist dein persönliches Festival, Essentially? Ich glaube tatsächlich Sonnencreme und Wasser. Und wann hast du das letzte Mal auf einem Festival gecampt? Noch nie, tatsächlich. Lieber Dosen, Ravioli oder Nudelsuppe? Dosen, Ravioli. Lieber Pavillon oder Mini-Swimmingpool? Am besten beides, aber ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, Pavillon. Das Hurricane hat ja jedes Jahr ein Maskottchen und das ist ein Tier. Was wäre dann dein persönliches Maskottchen? Ich glaube gerade ein Igel. Wir haben einen im Garten, der ist super goldig. Wie muss für dich denn das perfekte Bühnenoutfit sein? Ich finde es immer super cool, wenn Leute sich besonders anziehen. Ich merke dann aber oft, dass ich mich dann so kostümiert fühle. Das heißt, es ist einfach irgendwas, worin ich mich wohlfühle. Was war dann bisher der peinlichste Moment auf der Bühne? Ja, wenn man sich verspielt. Ich habe mich heute verspielt und dann immer wieder versucht anzusetzen und immer am falschen Ton eingesetzt. Danke Edwin Rosen. Ja, danke Diffus. Liebe Grüße. .